Die Welt da draußen spricht immer von einer Buyer-Persona. Naja, zumindest im Online-Marketing und generell im Marketing. Aber was ist eigentlich genau eine Buyer-Persona und warum ist sie so hilfreich für dich, für deine Positionierung und vor allem für dein Content? Das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling und Content-Marketing. Und heute geht es, wie Bernie schon gesagt hat, um das Thema Buyer-Persona. Manche nennen das den Avatar, den Traumkunden, die Zielgruppen-Definitionen, bla bla bla. Sei mal dahingestellt, wir nennen es Buyer-Persona. Warum? Weil wir in Bayern unser Office haben. Bernie hat den Witz gemacht, der ist so unfassbar schlecht. Er hat gesagt, er macht die nicht, er traut sich nicht. Du musst ihn bringen. Da habe ich gesagt, ich mache ihn als Buyer-Persona. Ich als Alter nicht Buyer. Du als Ur-Bayer darfst halt den Buyer-Persona. Ich bin Azug-Roster-Preis. Preis? Azug-Roster-Preis. Also ich bin ein Preiser. Azug-Roster. Azug-Roster bin ich. Und also mal, egal wie wir das Ding jetzt nennen wollen, uns geht es bei der Buyer-Persona, wenn wir die bestimmen mit unseren Teilnehmern, und das ist ein relativ großes Modul bei uns, eine Woche lang, da hat Bernie den Hut auf, den Head auf, bei dem Thema. Bei der Buyer-Persona geht es uns nicht darum, ob diese Buyer-Persona, dieser Mensch oder diese zwei, drei Charaktere, ob die Herbert heißen, 56 Jahre alt sind, grau medierte Haare und gerne Schlips tragen, das ist total nichtssagend und darauf kannst du keine Kommunikation ausrichten. Uns geht es um zwei Dinge. Uns geht es bei der Buyer-Persona darum, dass die einen Mangel haben, also dass die ein Problem haben und, und das ist das, was der Bernie gleich erzählen wird, wir destillieren etwas aus der Buyer-Persona, was das Allerwichtigste ist, nämlich... Dass die A natürlich aus Bayern kommt, den, ich muss den jetzt auch nochmal bringen, tut mir leid, Uwe, aber... Das geht es mal besser. Wir wiederholen ihn noch 17 Mal und am Ende lachen wir vielleicht drüber. Wir bringen ihn noch ein paar Mal. Das Ding wird ein Rohrkrepierer. Nee, also, die Buyer-Persona, was aus Gesichtspunkten des Content-Marktings super wichtig ist, dass wir die einzelnen Mangelsituationen, die Herausforderungen, die Ziele, die Einwände des Kunden herausfiltern, herausdestillieren und dadurch für uns am Ende Content generieren. Also, was du machen kannst ist, und wir hatten so ein schönes Feedback diese Woche, was uns auch dazu gebracht hat, dass wir heute diese Episode aufnehmen für dich bei Geschichten, die verkaufen in unserem Weekly Live-Call, war, dass einer der Teilnehmer einen wirklichen, ja, so einen kompletten Aha-Moment hatte. Ein Durchbruch, gell? Ein Durchbruch, als er sich mit der Buyer-Persona und auch mit dem Wertekanon befasst hat. Über den Wertekanon wird es in der nächsten Folge gehen, heute eben über die Buyer-Persona. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie du die Buyer-Persona im Einsatz hast. Also, natürlich ist sie super wichtig für dich, dass du generell eine bessere Ansprache deiner Zielgruppe erreichst, dass du überhaupt weißt, hey, wer ist denn das da draußen? Und wir hatten es schon mal in einer anderen Folge weit, 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 weit in den Nirwana von Geschichten, die verkaufen. Ich glaube sogar unter Folge 100 irgendwann mal. Ich erinnere mich, dass wir da mal was gemacht haben. Aber warum das so wichtig ist und warum wir es heute nochmal als Folge rausbringen, als Episode für dich, weil du es schaffen kannst, wenn du diese einzelnen Punkte, die du dann rausdefiniert hast, aus Bestandskunden, aus Umfragen, die du in den sozialen Netzwerken mit dir gemacht hast, in deinem Newsletter, direkt im 1 zu 1 mit Kunden. Also wirklich, dass du einen schönen Mix hast, die diese Buyer-Persona dann am Ende ausmachen, ist am Ende, dass du zum Beispiel einen Kundeneinwand herausfilterst, der immer wieder kommt. Klassiker, hey, ist mir zu teuer. Ich weiß nicht, ob das Produkt auch den Nutzen erfüllt. Passt dieses Produkt zu mir und löst es mein Problem? Hast du schon mal drei Einwände? Was wirklich geil ist? Und der große Vorteil ist, jetzt weißt du, du kennst jetzt diese drei Einwände und musst sie nicht im 1 zu 1 aushebeln, sondern kannst sie im 1 zu N aushebeln. Bedeutet, was natürlich der schlaue Content-Markter von heute macht, er erstellt Content darüber. Er erstellt ein Video, er erstellt vielleicht sogar eine Podcast-Folge, er erstellt Kurzvideos, er erstellt einen Blog-Beitrag, was auch immer. Er versucht oder sie versucht, möglichst viele Menschen mit diesem Einwand zu konfrontieren, damit der ausgehebelt wird. Und schon schickst du deine Einwandbehandlung in die Skalierung. Und das ist wirklich, wirklich cool. Und das wird dir halt erst bewusst, wenn du dich einmal wirklich damit befasst und wirklich hinsetzt. Ein, zwei, drei Stunden, es dauert relativ lange, weil du wirklich in dich gehen musst und dir da wirklich auch Gedanken machen musst, wie diese Person aussieht, damit du dir da keinen Quatsch irgendwie zusammenreimst, sondern dass es handgreiflich, nee, nicht handgreiflich, handgreiflich war was anderes, handfest, handgreiflich. Ich habe nämlich echt noch ein bisschen Angst, der Uwe hat mir nämlich vorhin ein Bild gezeigt, wo er, es war ein Thumbnail, wo er so da saß und es sah so aus, als ob er mich gleich außen hocken würde. Aber handfeste, stichfeste Beweise, stichfeste Punkte hast, mit denen du dann wirklich arbeiten kannst. Also, Bayer-Persona, in unseren Augen, ganz ein wichtiges Tool, A, natürlich zur Zielgruppenbestimmung, aber B, vor allem herauszufiltern, herauszudestillieren, was treibt die Zielgruppe wirklich rum? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Was sind die Ziele? Auf welchen Plattformen hängt diese Person rum? Auf welchen Plattformen erreiche ich sie dann vor allem? Das ist ganz, ganz wichtig. Also, jetzt weißt du, was die Einwände sind. Jetzt musst du halt auch noch wissen, wo du diesen Content ausspielst. Also, wo du diese Menschen wirklich am Ende erreichst. Und dafür ist die Bayer-Persona da. Ja, exakt. Also, wenn du so eine Bayer-Persona ausgefilterst, weißt du die Wünsche, die Einwände, die Lebensumstände. Das heißt, du kannst im Grunde genommen schon Content vorproduzieren. Du hast im Grunde genommen einen Redaktionsplan, sitzt nie wieder vor diesem weißen Blatt Papier und musst überlegen, so, ach, worüber könnte ich heute posten, sondern du vertonst mal erst mal alles das, was diese Zielgruppe hören muss, damit all ihre Wünsche befriedigt sind, damit sie Interesse haben, damit sie ihre Einwände loswerden, damit sie ein gutes Gefühl haben, bei dir überhaupt das erste Mal aufzuschlagen und dich mal so mit in die Auswahl von Anbietern mit reinnehmen. Und das ist das, wie wir alles, was wir tun bei Geschichten, die verkaufen, denken. Wir überlegen, wie können wir aus gesammelten Informationen oder zukünftigen Informationen, die wir noch annehmen, die wir durchtesten können, wie können wir Inhalte kreieren? Weil, und das ist nochmal der große Appell von uns heute, alles, was nicht draußen ist, arbeitet nicht für dich. Wir hatten heute eine Kundin in einer sehr engen Betreuung, die gesagt hat, seit zwei Monaten arbeitet sie an einem One-Pager, der einfach nicht rausgeht, weil sie ihn wieder überarbeitet und weil er perfekt sein muss und weil er eine andere Sprache sprechen soll. Und das Ding ist, das mag sein, dass er am Ende nach zwei, drei Monaten perfekt ist, aber es gibt immer so ein Window of Opportunity, wo Dinge draußen sein könnten. Und es sind auch drei Monate, wo dieser Flyer oder dieser One-Pager in digitalen Medien nicht für sie gearbeitet hat. Also haben wir ihr heute Feuer unter dem Hintern gemacht, natürlich sehr liebevoll und gesagt, meine Liebe, du musst das Ding jetzt raushauen, better done than perfect. Hauptsache, es ist draußen, arbeitet für dich, weil auch dann bekommst du gute Feedbacks oder auch schlechte Feedbacks, was aber prima ist, wenn es gute Feedbacks sind, machst du daraus noch mehr One-Pager und noch mehr Beiträge, wenn es schlechtes Feedback ist, dann änderst du es. Und das ist genau das, was so schön ist bei der Content-Erstellung, dass du Daten sammeln kannst. Und das geht, indem du in deiner Bayer-Persona mal Themen gesammelt hast und dann raushaust. So, wenn du also jetzt immer noch überlegst, was soll ich heute posten, soll ich überhaupt posten, kann man zu viel posten, dann können wir dir nur sagen, A, haus raus, auch wenn es noch nicht perfekt ist und B, wenn dann immer noch eine Blockade da ist, dann melde dich bei uns unter geschichtendieverkaufen.de und dann werden wir mal miteinander sprechen, wenn du dir dort ein kostenfreies Beratungsgespräch ausgemacht hast, jemanden von uns an der Strippe hast, der das jeden Tag tut seit Jahren und dir genau sagen kann, auf deinen Case zugeschnitten, ob das Sinn macht, wie das Sinn macht und in welcher Form und auf welcher Plattform. So, und jetzt viel Spaß bei der Erstellung der Bayer-Persona, auch wenn du da nicht weißt, wie das geht, auch dann, give us a call und dann hören wir uns, freuen wir uns aufs Kennenlernen. Nächste Episode machen wir mal Wertekanon, was der mit deiner Marke zu tun hat und mit deinem Content und wie du das in gute Inhaltsstücke umsetzen kannst. Es passt vor allem super dazu. Deswegen machen wir direkt in der nächsten Folge, oder? Der Bayer-Wertekanon sozusagen. Der Bayer-Wertekanon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.